Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Habe ich auch gerade gedacht, so, okay, fine, super. Muss ich mir das mal reinfinden? Ja. Ist in Ordnung. Stimmt, ich habe ja jetzt andere drinnen, ne? So, den hier. Warte. Ja, warte. Ah, ja. Okay, wie gesagt, ich muss erstmal wieder ein bisschen reinfinden. Ich habe in der Zeit ja ein bisschen was anderes noch gespielt. Ne. Ach ja, da war ja was. Ach nee, da stimmt ja. Moment. Wie gesagt. Ich bin ja gerade nur am trainieren. Das ist... Ich habe keinem gedacht, ich muss das abgeben, aber nein. Muss ich ja gar nicht. Ich trainiere ja nur. Im alten Kapitel. Warte. Komm mal her. Bist du denn da? Cool. So kann es weitergehen. Stimmt, ich wollte ja meine Pins erstmal aufladdeln, ne? Hatt ich ja das letzte Mal richtig fandet. Oh, okay. Interessant. Es ging schnell. Das ging, wie gesagt, schnell. Okay. Oh, okay. Ah, ja, 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 ja. Hm. Okay, dann kann sie ja jetzt was anderes haben. Aber warte mal, wollte ich ja gar nicht mehr so machen. Ähm. Ich wollte einfach so hingehen, ne? Warte, ich muss noch hier die Dings ändern. Genau. So sieht das Ganze ja schon anders aus. Ähm. L2. Wollte ich gucken. Das ist hier unten. Oh. Okay. Obwohl, ich könnte auch R2 gucken, ne? Weil L2 habe ich jetzt nicht zum Aufleveln hier. Außer das hier. Aber das ist ein Superpen. Den kann ich nicht machen. Obwohl, hier habe ich auch nur ein Superpen, ne? Okay. Habe ich denn eigentlich schon... Moment. Warte mal, was? Wieso ist das leer? Okay. Warte. So. Ähm. Was hatte ich denn bei ihm? Ich muss das übrigens noch herausfinden, wie ich das mache mit dem, ähm... Ich nehme mal das hier, ne? Dass da der Style erhöht wird. Irgendwie... Habe ich keine Ahnung. Äh. Vielleicht auch per Dings. Kann das sein. Äh. Per Gebiet. Aber nein. Nein, ne? Oder? Oder? Hm. Naja. Ach, warte mal. Ich wollte ja, ähm... Den Pin ändern. Aha. Ich bin so daneben heute. Gut, dann, äh... Wenn es nichts für sie zum Leveln gibt... Wollte ich mal sagen... Gehe ich nach oben und gucke... Was das Stärkste ist. Ah. Jetzt bin ich dran vorbei. So. Dann gucken wir mal, was wir ihr geben können. Ey. Genau. Ähm... Oh, sie hat schon das Stärkste. Gut, dann lasse ich das so, ne? Dann lasse ich das so für Nasi. Bis dann halt, äh, ein Super-Pin-Platz frei wird. Und sie dann halt, äh, den Super-Pin machen kann. Ne? Aber eins nach dem anderen. Das wird so easy. Hoffe ich doch. Ja. Hey, no stop this now. You're nice. Thanks for that. Hitsa. Ach so, ja. Thanks, yo. Exquisite timing. Good enough. Okay. I think we've got this. Ja. Nice to meet you. Great job. Woo. You're done for. Keep your eyes on me. Das ist doch schon ganz gut. Let's do it, do it, yo! Okay. Okay, warte. Are we awesome or what? Geht, ja. Surprise, surprise! Ja. Oh, warte mal. Was mir auch gerade auffällt. Yes! Das gefällt mir. Ich glaube, ich würde noch mal ein paar Sachen kaufen, ne? Ja, dann, ähm... Ah, ja, ja. Da komme ich, glaube ich, noch nicht hin, ne? Aber die Tasche. Für Scherker tatsächlich sogar. Uh, okay. Ja, warte mal, warte mal, warte mal. Ist die denn schon? Nein, das wollte ich nicht machen. Ähm... Oh, 200 Style. Ups. Na gut, dann lassen wir noch mal das hier. Mit dem Punkte Bonus. Aber da muss ich definitiv hinarbeiten. Wie auch immer das funktioniert, aber... Das muss ich definitiv hinkriegen. Nein. Das muss ich nicht machen. Ich kann nicht warten. Ich kann nicht warten. Ich kann nicht warten. Ich kann nicht warten. Ja. Na dann. Das ist Punks ist dann für. Definitiv. Aha! Did I do that? You sure did. It's over! Booyah! Gotcha! Thanks for the assist! Was nicht too much for that? You are tough! Aha! Yeah! Yeah! Yes! Is' doch immer nice. We've got this in the bag. Hoffe ich doch. Nein, ich wollte doch die hier. Yes! And talk! Did I do that? You sure did. Und weg. Hey, no stop this now! Oh, nice! Hiya! Oh, shit. Oh, shit. God, that was pretty sick! It was sick indeed. And talk! Yeah! Perfect timing! Oh. Den Groove können wir gleich loslassen, ey. Okay. Don't do anything stupid. Are you ready for this? It's over! Was that cool or what? It's not bad, I'd say. It's alright. We won! Oh, das war easy. I expected nothing less. Yeah. Ja, gebracht was. Let's have a look. Ich geh mal erstmal da hinten hin, oder? Let's move. Ich vergess es immer wieder. Nice. Ach. Ja doch. Macht ja Spaß. Also mir zumindest. Ja. Und war ja auch bitterlob, wird nötig, ne? Ah, warte. Ich hab ja wieder so viele Pins rumliegen, die einfach nicht gelevelt sind und die sehr viel Potenzial haben. Die einfach gelevelt werden müssen. Ne? Auch wenn's das Spiel so ein bisschen in die Länge zieht, weil... Ja, ich glaub schon, dass man das schneller durch haben kann, aber... Ja, ich hab halt auch, ne? Ich weiß auch nicht. Für mich ist das... Oh ja. ...irgendwie Teil davon. Ich möchte auch die ganzen Sachen haben, die ganzen Gerichte, die Kleidung, die man haben kann und alles, die Pins... Ne? Nicht... Nicht komplett 100%, aber... Schon... Schon dahingehend. Schon ein bisschen was. Warte mal, nicht ganz 100%, aber schon irgendwie, ne? Ach, schon irgendwie 100%. Ja, so ein bisschen Perfektionismus, ne? Perfektionismus, so. Ah. Ah. We got this. Okay. Wende meins. Aber ich wende meines auch. Das wär jetzt echt... Nicht drinne. Ne? Okay. Na, dann wollen wir mal. Jo. Warte. Ich noch mal mit. Warte. Ja. Ähm. Ne, da. Na ja. Mal gucken, ne. Ja. Doch schon irgendwie. Hier. So, die sind jetzt alle durch. Ähm. Ach stimmt, da kann ich ja gar nicht hin. Wenden kam ich, glaub ich, auch nicht hin, ne? Da würde ich mal sagen, gehen wir nochmal hier in die Gasse. Nehm hier nochmal ein bisschen was mit. In der Cat Street. Und dann, ja. Ja. Gotta focus. Ja, mach mal ne vierer Dings, ne? Ja. Das passt schon. Ich finde, wir wenigstens ein bisschen was. Ah, hier. Ja. 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 Oh, der noch schon weg. Ich auch nicht. Okay. Jetzt können wir was machen, ne? Das ging schnell! Yes! Darauf habe ich gehofft. Der ist natürlich jetzt, ne? Können wir gleich bei ihr mal gucken. Warte, wieder Eingabe. Ah, also. Also hat man wieder gejuckt. So, sie ist L1. Einige, ne? Ein paar sind auch unrelevant. Oder irrelevant, weil, ne? Doppelt. Obwohl, ich könnte erstmal welche verkaufen gehen, um zu gucken, ne? Was überhaupt relevant ist. Ja. Dankeschön. So. Genau, wie den hier. Mal so ein bisschen durch, ne? Okay, das ist der gleiche. Ja. Lass mich warten. Ja. Ah, ja. Ja, das ist der gleiche. Wieso? Ne, das ist Schwerkraft. Das ist was anderes. Wieso hat der mehr? Ja. Ja. Ah, gut. Das ist, glaube ich, das gleiche, ne? Okay. Ja, der ist definitiv besser. Warte mal. Warte mal. Das wird bestimmt das hier, oder? Ja, okay. Es sind nur andere Dings, aber... Das ist der gleiche. Warte. Okay. Dann haben wir das nämlich schon mal. Ja, wir werden definitiv noch einkaufen. Das ist kein Thema. Ähm. Ich wollte halt erstmal hier... Genau. Ein bisschen Platz schaffen. Ja, wir werden definitiv noch einkaufen. So. Jetzt sieht das nämlich ganz so ein bisschen aufgeräumter aus. Wieso habe ich denn Astronauten noch? Ach nein, das ist der aufgelevelte Astronaut. Sorry. Das wollte ich gerade sagen. Aber der ist ja schon aufgelevelt. Oh. Ja, das hier, ne? Psycho-Sprotflinte könnte ich als nächstes machen. Dann haben wir das nämlich auch. Nee. Und vielleicht, äh... Entpuppt sich das ja als gute Attacke. Ah, dann nehme ich die drei. Ist in Ordnung. Nö. Ja. Great job. I got it too much time! Nein! Ich will auch zeigen. Das ist mal wieder was anderes... Also... das ist mal wieder, ne? ein bisschen level hätte ich schon vorher machen können aber irgendwie wenn man dann erstmal der story drin ist will man ja auch nicht so ab unterbrechen ich habe immer gedacht ich wäre vielleicht von der stufe her aber jetzt so von den dings her da gibt es noch ein bisschen nachholbedarf so time for a beatdown who's up first fight's that right oh okay got a focus das geht schnell dann machen wir den auch noch mal machen wir den auch noch mal auch wenn es nur einer ist aber you got a lot of nerve taking me on you ist in ordnung just be careful oh okay erst mal die größten hier weg und ha let me go ah booyah we're gonna get windy ha doces dummy thanks bubba yes got it nice one rindu quit it yeah it's over okay we emerge triumpin ja lief ja ganz gut ne the wicked twisters are on top definitiv let's move ja wir haben ja wieder ein bisschen kohle ne seh ich grad ich mein ich hab eben auch ein paar verkauft aber sieht schon ganz nice aus ne warte wenn wir wieder ein paar bekommen eieieiei ah das ist nice äh hier eins zwei und drei okay fine guess i'll put you out of your misery ja ich müsste nur mal wissen auf welcher stufe die sind dass ich da irgendwie äh werte er sogar noch weiter runtergekommen ist wir haben das wir haben jetzt das wir haben wir haben das wir haben vielleicht sogar noch mehr bekommen obwohl das finde ich eigentlich schon krass wir haben dass wir haben das die 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 Was that cool or what? Not bad, I'd say. I'm getting pumped! Great job! Gotcha! Hiya! Let me go! Are you ready for this? Get windy! What feels good to be free? Aha! Yeah! Yes. Kito. I think we've got this. Ain't no stopping us now! Nice! Thanks for that! Bring it! You're done! You're done! Thanks! Yeah! So far, so good. Not bad, I'd say. Sehr schön. Ah, okay. Der ist jetzt auch fertig. Das find ich natürlich auch nice. Kann ich gleich mal gucken. Ich glaub, da hab ich noch ein paar mehr, die noch gelevelt werden können, ne? Na, die sollte, glaub ich, erstmal nach Super Pins gucken. Wenn ich welche hab. Für ihn. Hier, ne? Ich geh das doch erstmal. Ja. Nehmen wir die drei hier mal. Warte, das ist er hier. Nice! Oh, okay. Danke. Ist doch vollkommen in Ordnung. We got this in the back! You're done for! Was that cool or what? Not bad, I'd say. What will he do next? Booyah! Booyah! Huh? You're done for! Huh! You're done for! Aha! It's over! Exquisite timing! We got this! Hey! Not bad! Ja! Seh ich genauso. Auch wenn die die Attacker ein anderes Timing hat, find ich die gar nicht immer so schlecht. Time for a beatdown! Who's up first? Aha! Did I do that? You sure did! You're done for! Say goodnight! Okay. Victory is all but assured. I'm out of here. It's over! Are you ready for this? Oh yeah! Finally done! Let's keep it going! You're going for! Yeah! Yeah! What's that? Yeah! Gotcha! Uh! Deuce! Uh! 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 Yeah! Uh! 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 Yeah! Uh! Yeah! Yeah! The new chapter of Alestra awaits! Jaaaah! Could've been worse! You feel? Oh! Cool! Das kommt ja auch noch dazu. Nice! Warte, ich geh nochmal kurz... äh, ich geh nochmal kurz ne Runde shoppen. Nochmal hier in dem Nobel-Laden. Please come in! Joaah! Das will ich ja wohl hoffen, ne? Warte, äh... Ich nehm mal die Beine zuerst. Glaube ich... Joaah, doch, doch, doch. Okay. Dann haben wir das nämlich schon mal. Und das nächste Mal dann die anderen Sachen so nach und nach. Ja... Ist doch dazugekommen, ne? Okay. At your leisure. Thanks. Joaah! So reich bin ich dann doch wieder. Gotta focus. Ich muss erstmal wieder, äh... ne? Looten. Okay. We've got this in the bag. Hold on. Hvas said, ihr h OFF. Oh, ne? T-Shin das mit. ...Spa! Die, ihr hFO! Danke. Da ist ein Ha! H Haw! Adimas noch Même Atmen. Ohne Kopfhörer. Einen Moment. Komisch. Ganz komisch. Manchmal poltern meine Kaninchen, das weiß ich aber. Manchmal ist das zu laut wie die Kaninchen sein könnten. Da bin ich in meinem Klavier. Und wo ist das? Naja. Können natürlich trotzdem die Kaninchen sein, ne? Nee, definitiv nicht. Wunderbar, ich kann den anderen Farben nicht mehr sehen. Aber das sind definitiv die Kaninchen. Also das ist der Impact zu groß. Also die Liberationen. Die ich bemerke. Ich lass das jetzt erstmal so mit dem Kopfhörer. Also es ist der eine so ein bisschen runterhängt. Ich muss ja nicht so viel hören. Ähm. Was? Achso. Ja, ja, ja. Wollte ich doch gar nicht. Hä, wie ist der eine nicht mitgekommen? Egal. Dann nehmen wir sie nach oben. Hier. Uh, ist sie okay? Aha! Gotcha! ich werde testen ob das auch gepoltert wenn ich leise bin das Thema ja 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 kann natürlich auch zuvor gewesen sein stärker meine ich das hat er schon im wohnen vibrieren lassen ich habe gehört Mach ich den mal wieder richtig? Den Kopfhörer? Ich merke, dass er an den Vibrationen wenn wieder was sein sollte. Aber vorne. Let's move. So. Dann werden wir die beiden auch noch nehmen. Ja. We got this in the back. Oh, was du? It's over. Yeah. It's over. Yeah. Is she okay? Yeah. Perfect time. That was perfect. Okay. Let's do it to it. Yo. Yeah. 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 Dann laufen wir mal, weil ich nur. Das ist natürlich jetzt auch super, dass der jetzt auch fertig ist. Ja, das ist jetzt natürlich nicht, ne? Warte mal, ich habe nur super Pins für ihn, ne? Einmal den und den. Ansonsten habe ich nichts für ihn zum Level, ne? Okay. Ist natürlich jetzt ärgerlich, aber gut. Ist ja nicht so viel. Moment. Ist doch derselbe, oder? Ah, okay. Ja, das ist derselbe. Nur, dass der halt schon eine Evolution hinter sich hat und der nicht. Kann ich den ja sogar loswerden. Warte, jetzt bin ich dran am Eingang vorbeigelaufen. Ich mache jetzt mal den hier. Ja, ist der denn. Jetzt muss ich den erst mal suchen. So. Das ist der, ne? Ja. Okay. Was haben wir noch? Wenn ich schon mal dabei bin, mache ich. Okay. Okay. Was war das, ne? Ich meine, wir kriegen hier auch ein bisschen was dafür. Ja. Okay. 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 Ja, komm. Ich spare erst mal noch ein bisschen. Ah, nein, ich falsch lasse. Stimmt, hier ist ja keiner mehr. Okay. Oh, jetzt gucke ich gerade auf die Uhr. Ich könnte so langsam den Park beenden, sehe ich gerade. Auch wenn wir nur ein bisschen gelevelt haben, aber das ist ja nicht das Thema, ne? Einmal kurz speichern. Doch, möchte ich machen. Nein, bitte. Okay, dann sehen wir uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye.